Hallo zusammen, ich bin Noah. Ich bin 13 Jahre alt. Ich fahre dieses Jahr in der spanischen Meisterschaft Premonto 3. Und nächstes Jahr fahre ich die European Talent Cup Europameisterschaft und Red Bull Rookies Cup. Mein grosser Traum ist es mal in den WM zu fahren. Es war sehr nett, wenn du mich unterstützt würdest. Wir wollen uns unterstützen.